So, weiter geht's hier in Skyrim. Weil wir schon einmal hier sind, hab ich mir gedacht, machen wir doch mal das Gespräch hier drinnen. Dann stimmt das also, was alle sagen? Ja, Aventus Arrentino. Lass mich rein, lass mich rein. Sterb, Greloth, sterb! Was willst du? Liebe Mutter, liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Menschenfleisch, Menschenherz. Liebe Mutter, liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Geht's dir noch gut, Junge? Endlich! Meine Gebete wurden erhört. Geht's dir gut? Es hat geklappt. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich wusste es einfach. Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und dem... dem Ding. Und da seid ihr! Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft! Ähm... Ja... Jetzt noch was mal wie Kasuna... Wie... wie hieß der? Kasuna? Ne. Auf jeden Fall... Dazu fällt mir nichts mehr ein. Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier. Also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag annehmt. Ähm... Auftrag? Meine Mutter, sie... ist gestorben. Ich... ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall! Ames Tuk-Tuk. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Greloth, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da. Und könnt Greloth die Gütige töten. Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. So ungern ich auch nach Ehrenhall geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Ich will mal ein bisschen zu Schmied gucken. Ob der hier was gescheites Verkaufen hat an Waffen. Gucken. Da ist Tür. Da ist Schmied. Hoffe ich doch mal. Und hier ist ein Schmied. Hallo. Ich hätte nie erwartet, dass Ulfric seinem Ruf gerecht wird. Aber so ist es. Ein Rad nicht mag. Kauft keine heruntergesetzte Rüstung. Ach, da ist der Typ. Soll ich ein bisschen Metall für euch haben? Ähm, wie soll der Stahl? Das heißt... genau so scharf wie der, den ihr in Weißlauf findet. Ich respektiere E.O., falls das irgendeinen Sinn ergibt. Die besten Waffen und Rüstungen. Habe ich glatt. Übersehen. Ähm, mit dem, mit dem Waffen. Dolch. Äh. Bogen. Zwergenbogen des Gefrierens Habe ich nicht auch einen Zwergenbogen? Wäre der hier eigentlich besser? Zwergenbogen des Gefrierens Habe ich nicht auch einen Zwergenbogen? Wäre der hier eigentlich besser? Ne, du hast nichts gescheites Dann auf nach Weiß, äh, Quatsch, erst mal auf nach Hochrotka Nein! Ob ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach vorbei Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ähm... Schlaues Mädel! Jetzt kommt mit zum Schloss! Was das? Darf ich jetzt gehen? Danke! Eigentlich wollte ich ja auch gar nicht einsteigen Ich wollte eigentlich nur rein Das Dome war halt abgeschlossen Und ich war dann so dumm... ...weiterzumachen Ist ja gut... Hatte Hü... Hopp... 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 Und ich muss mal mein Inventar ausräumen, ey! Ähm... Hochrotka... So... Und wohin muss jetzt genau? Hallo? Ähm... Wieder raus? Say what? Oder... Oder... War ich hier doch richtig? He... Geht's... Gah... Don't trick me! Verarsch mich nicht! Ah, da ist ein Ding... Da, ja... Da, ja... Da, da, da ist einer! Hallo? 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 Ah... Hier bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer Gut gemacht! Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden! Folgt mir! Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen! Danke! Lern ich jetzt... Lern ich jetzt das da von Fus Roda? Das wär cool! Kann ich ja nicht... FUS RO DA! Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittlichen Macht zu lernen! Yay! Was so viel bedeutet wie Stoß! Da! Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger! Nutzt ihn weise! Meister Wulfgar wird nun sein Wissen über... Da! Mit euch tragen! Die Wörter kombiniert! Ja! 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 Das war ja! Hör auf, ich krieg' Kopfschmerzen! Dovakin, ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Rodgar steht euch nun offen. So, Dodo, was wollte ich jetzt da? Wollte ich noch nicht hin. Ich wollte nach Weislauf mich A entleeren und ich glaube B mir ein neues Schwert machen und C nach neuen Waffen suchen. So, erstmal entleeren. Ich trage bestimmt schon wieder Tonnen und Untonnen an Müll mit mir rum. Ja, 319 ey, ich krieg' zu viel, so Dolch. Den können wir mal ablegen. Fluchtsrouten Atlas, Verbrennung, Dinger werden verkauft, Bekleidung, Ebenen, Erdbeeren, Kanzhelm, Elfenschild, Verkaufen, 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 Entzaubern, Verkaufen, Entzaubern und hier Zaubertränke. Okay, Gift brauche ich gar nicht. Stens des Ritters. Gift, Gift. Schloss knacken. Oh, das könnte mir Fehler mal nötig sein. Frostrisi brauche ich nicht. Krankheitsheilung. Ich habe keine Krankheiten mehr. Regeneration. Starkenheilung. Stärke. Do not need. Störung. Feilschens. Kriegers. Ritters. Verteidigers. Waffenschmied. Und hier den ganzen Schock, den ich selber hergestellt habe. Schriftrollen. Na, die wägen nicht viel. Ja, Essen. Do not need essen. Das heißt doch, do not need. Do not need. Zutaten. So. So. So, wo ich fast bist. Schlüssel wiegen, zum Glück nix. Amethysten ablegen. Cornubarn. Drachenschoppen. Eisenerz. Granatsteine. Großer Seelenstein. Pelz. Granatsteine. Mächtiger. Mächtiger. Noch einer. Was hab ich denn alles in meinem Inventar drin? Huh, kann ich wundern, dass ich so voll bin. Bäh. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, supi. So, den brauchst du eh nicht. Den Annet. Den wollte ich verbessern. Was hast du mir jetzt hauptsächlich gegeben? Sonstiges. Drachenknochen. Schuppen. Schuppen. So, Truhe. Truhe. Malach. So, jetzt kommen wir erstmal. Ganz weit unten. Was. Ähm. So. Malachid. Malachid. Malach. Ah, einen veredelten. Malachid. Malachid. Einen. Und einen davon. Malachid. Malachid. Und einen davon. Malachid. Und davon auch noch einen, weil ich nicht weiß, was ich davon nicht zum Verbessern brauch. Na, komm. So, Weißlauf. Dann geht's mal ab nach oben. Ah ne, geht gar nicht. In der nächsten Folge geht's ab nach oben, also bis dahin, euer Hannibal.